Moin Moin! Wir wollen uns im Folgenden mit den Bereichen der Buchführung befassen. Bei der Betrachtung der Umsatzsteuer haben wir den Mehrwert angesprochen, der dadurch entstand, weil Sie dieselbe Ware zu einem höheren Wert verkauft haben, als Sie bei Ihrem Einkauf dafür bezahlt haben. Diesen Prozess haben wir als betrieblichen Leistungsprozess oder Wertschöpfungsprozess bezeichnet. Sie haben Werte aufbringen müssen, um Ihre betriebliche Leistung erbringen zu können. Sie haben Ware eingekauft. Um Ihr Geschäft abwickeln zu können, benötigen Sie aber auch unter anderem Büromaterial, Verpackungsmaterial, Energie, also zum Beispiel Strom, Heizöl, Diesel, Benzin, Wasser, Löhne für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Mietzahlungen für Gebäude- und Ladeneinrichtungen und Versicherungen. Diese aufgebrachten Werte stellen im betrieblichen Leistungsprozess Aufwand dar. Andererseits haben Sie Ihre betriebliche Leistung verkauft, indem Sie Ihre Ware verkauft haben. Im betrieblichen Leistungsprozess stellen diese Werte Erträge dar. Zusammengefasst können wir also festhalten, dass der betriebliche Leistungsprozess durch die Höhe und Struktur der Aufwendung und Erträge bestimmt wird. Der betriebliche Leistungsprozess ist aber nur möglich, wenn Ihnen hierfür Geld zur Verfügung steht. Paul Hansen hat Ihnen hierfür ein Budget über 50.000 Euro zugesagt. Dieses Budget auf dem Bankkonto der Filiale eingezahlt, stellt das Vermögen Ihrer Filiale dar. Es handelt sich also um Werte, die sich im Eigentum der Filiale befinden. Hierzu gehört auch der Kassenbestand, die Forderungen an Kunden und die bereits bekannte Vorsteuer. Ich habe eben auf das von Paul Hansen bereitgestellte Budget in Höhe von 50.000 Euro verwiesen. In dem Moment, wo Paul Hansen dieses Budget auf das Bankkonto der Filiale einzahlt, finanziert er auch das Vermögen der Filiale. Er gibt der Filiale in dieser Höhe Kredit, den er beim Untergang der Filiale selbstverständlich zurückhaben will. Für die Filiale stellt das Budget Schulden dar. Es handelt sich also um Werte zur Finanzierung Ihrer kaufmännischen Aktivitäten, die Sie aber zu einem Zeitpunkt in der Zukunft zurückzahlen müssen. Zu diesen Schulden gehören unter anderem neben der Kapitalanlage von Paul Hansen die Schulden, die Sie gegenüber Ihren Lieferanten haben, also Verbindlichkeiten und die bereits erwähnte Umsatzsteuer. Soweit zunächst einmal zu den Bereichen der Buchführung. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 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 Vielen Dank.